So, dann wollen wir mal weitermachen. Ähm, lasst uns aber noch mal ganz kurz was ablegen. Eventuell werden wir so viel Krempel wieder. Ähm. So, eine Greifenrüstung. Das hier ist Müll. Ähm, Momento. Das hier ist Müll. So, jetzt können wir weitermachen. Ähm. Lass uns mal ganz kurz gucken. In Alchemie. Vielleicht können wir da was Neues basteln. Ja, ein rotes Muttergehen. Und ein Trank, irgendwas. Verbesserter Donner. Jawohl. Warte mal kurz. Wir haben da auch bestimmt noch Punkte. Ja. Einen immerhin. Ähm. Auf Stufe 22. Okay. Da wird der letzte freigeschaltet. Lass mal gucken. Wir haben... Den haben wir ja komplett ausgebaut, ne? Das ist Muskelgedächtnis. Den haben wir aber gar nicht drin. Warum habe ich den nicht eingebaut? Den haben wir ja. Präzisionsschläge. Ich gucke mal gerade, was wir hier haben. Und den haben wir auch. Krafttraining. Okay. Äh, was ist das hier? Entschlossenheit. Äh, dann machen wir doch lieber den hier rein, oder? Statt Entschlossenheit. Ich glaube, das bringt uns im Endeffekt ein bisschen mehr. Äh, da-da-da-da-da. So, Grün haben wir auch. Äh, immer aktiv. Art mit großer Reichweite. Also so. Rüstungsschmelze, Feuer, Strom, magische Falle. Der könnte man komplett ausbauen. Ähm, nochmal kurz. Machen wir jetzt auch mal. Die bauen wir jetzt mal komplett aus. So. Plus 40. Die haben wir. Sehe ich gerade gar nicht drin. Äh, was sind das? Rüstungsschmelze. Nachhaltige Glyphen. Täuschung. So, bauen wir mal ein bisschen um. Alles Klärchen. So. Besorgen wir die Karten jetzt mal. Ähm. Ich habe ein Porträt des Hierarchen Hemmelfahrt üblich. Willst du es haben? Ja. Ist es von einem dieser Halblingmale? Äh, ja. Herrlich. Ich werde es ihm Rosmarin und Thymian aufhängen. Dann laufen die Inspektionen durch die Tempelwache bestimmt glatter. Okay. Bis dann, Rittersporn. Dann mal raus. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Äh, schauen wir mal. Wir machen das jetzt mal weiter mit den Karten. Damit wir das auch erledigt haben. Das ist natürlich wieder am Arsch der Welt. Ja, dann gehen wir erst mal den da. Ähm. Um uns erst mal das beim Grünen. Hallöchen. Entschuldige. Ich wollte ja nur reden. Mann, Mann, Mann. So, wir laufen nochmal hin. Das kann ja nicht so weit sein. Ja, ich bin nämlich immer mein Freund. Also, jetzt sind wir hier am örtlichen, ähm, Freundenhaus. Da wollen wir aber nicht rein. Mein Gott, wie weit ist denn das noch? Ich habe nur einen einzigen Bogen. Mhm. Ach, Schauern. Äh, hier ist die Tür. Nein. Schöne Mucke. Okay, ich glaube, der oder diejenige ist oben. Würde ich mal so behaupten. Ich weiß, was soll ich denn. Warum nicht? Ich weiß, wie geht es. Ich weiß, was kann ich? Und da äh. Ich weiß, was kann ich. Oh, wir müssen jetzt. Wo ist denn der Typ, der die das? Hm. Darunter, okay. Der muss doch eine Etage tiefer sein. Oder ist der im Keller oder sowas? Anscheinend. Nee, wo ist denn hier der Keller? Ah, ah. Na, Möchen. Na, komm, wir nehmen es mit. Oh, Meteoritenbarren, ey. Was die hier alles so liegen haben, ist unglaublich. Nee, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Steck mal weg, dass du hörst. Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Kein Problem. Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr, Pep. Ravis Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Na klar, komm. Also gut. Und ich hielt dich schon für einen Langweiler. Nein, nein, wir nicht. Spiel wir, spielen wir. Du hast gar keine Chance. Ja. Zügle deine Begeisterung, Freundchen. Und sitz still, sonst tust du dir noch weh. Aber er hat gewonnen. Und jetzt spielen wir was anderes. Ach komm schon. Ernsthaft? Jetzt reicht's aber. Jetzt verlieren wir die Nerven. Uh. Kleiner Sack, du. Wie ging's mir vorhin schon auf den Sack? Danke. Die Nathalies Karte würde reichen. Oh ja. Vielleicht ziehst du eine andere vor. Ich hab eine ganze Reihe, die dir gefallen können. Nein, ich will die. Ich hab's eilig. Die Nathalies Karte. Natürlich. Hier. Danke. Sehr schön. Ja, nichts will raus. Und jetzt zu einem anderen. Äh, ich will raus hier. Und tschüss. So, dann gehen wir mal los. Na, Sultan. Na komm. Ah, geht doch. Wollte ich schon sagen. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Wir sind jetzt gleich da. Ein Wünchen. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich hab die Nathalies Karte. Wunderbar. Jetzt bleibt nur noch Cäsar Bilsen, dann haben wir es in trockenen Tüchern. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Schleichen. Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon. Du wirst es als erster erfahren. Na gut. Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Schleichen ist ja nicht so unser Ding. Tschivai. Cäsar Bilsen. Weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der. Das ist Geralt. Und, ähm, angelt Geralt auch? Ja. Ja. Neulich habe ich einen Regenwurm ausgeworfen und einen riesigen Barsch gefangen. Im Ponta? Klar doch. Dieses Gewäsch erträgt ja keiner nüchtern. Kommt rein. Na denn. Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe. Ich hab also unlang mit Thymian Keralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Mh. Mh. Ich mag Zander. Weil du ein Hexer bist. Verglichen mit den Tränken, die du dir reinziehst, ist Scheiße, ja eine Delikatesse. Ein Hexer? Hast gar nicht erwähnt, dass er ein Hexer ist. Bilsen, hast du gehört, dass Vibobatilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Äh. Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Konterhechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder. Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Ich bin nicht so sicher. Geralt, was nehmt ihr denn den Kermohen? Hm. Bomben. Was? Wie? Bilsen, hast du in letzter Zeit nicht viele Scherze gehört, was? Gut, der hier war nicht so überzeugend. Ich fand den gut. Geralt, hol uns doch noch eine Flasche. Mach ich. Bei der hier sehe ich schon den Boden. Ja. So. Das Obergeschoss. Wann haben wir denn unseren Wels? Ich angle nicht mehr mit dir. Hast du vergessen, was letztes Mal passiert ist? Was ist denn da passiert? Hättest nicht so reißen sollen. Lass mal schauen. Economische Scherze. Was ist das hier? Hm. Untersuchen. Da ist doch was. Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Die Schublade ist offen. Aha. Hm. So, was haben wir hier? Mehr sehe ich jetzt gerade nicht. Spontan. Doch hier. Ja. Na, das finde ich doch meinen. Hinter einem Bücherregal. Klassiker. Hehe. Aha. Schau mal an. Ja, die Figur. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Ja, die Triss. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M. hier bei der Krönungsfeier speiste. Hm. Ja, die Triss. Die wäre schön, wenn die noch da wäre. Verzierte Schwert mal zwei. Ähm. Wir werden sehen. Was ist das hier? Joachim de Wetzschädel. Ziemlich düstere Kuriosität. Henkerseil des Stephans Kellen. Na, der was... Was stellt der denn hier aus, ey? Fringilla Vigo. Ah, hier ist Fringilla. Sehr schön. Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Mhm. Joachim de Wetzschädel. Okay, das haben wir schon. Ziemlich düstere Kuriosität. Alles klar. Ich glaube, dann, ähm... Können wir wieder raus. Äh, wo ist denn der Ausgang? Man sieht so wenig. Ach, hier unten. Ist auch wirklich dunkel gehalten. Aber gut, es passt, ne? Wir hatten ja kein elektrisches Licht und so weiter. Das ist ja schon so gesehen okay. So. So. Ich habe schon von dir gehört, Weißhaar. Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Hau den Blick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ähm... Ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Äh, nee. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ach, komm. Glaubt ihr ernsthaft, das können die dir. Komm. Ziehen wir dein Schwert. Danke. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Tja, wir haben mal was wir wollten. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Hm. So. Ein vollständiger Satz Karten. Und nun? Jetzt holen wir uns einen riesen Haufen Geld dafür. Auf geht's. Aha. Ich komme mir gerade vor wie bei Yu-Gi-Oh. Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein. Dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Aha. Alles klar. Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über ihn, aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Das ist sicher. Du kennst mich, Geralt. Ich habe keine Vorurteile. Solange die Kasse stimmt. Na gut. Dann schauen wir mal. Ah. Ich... Ah. Endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern? Ich bin nicht so dumm wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. Ach Gottchen. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Jungs, mal ernsthaft. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jagd dem Huren so nach. Ich kümmere mich um die anderen. Ernsthaft? Ich soll den anderen verfolgen? Reif ihn von hinten an! Na. Na, komm. Wo ist er denn? Na. Aha, hier hoch. Na hoch. Oh. Der ist nach oben gegangen. Gott sei Dank, dass wir keinen Zeitdruck haben. Genau. Kick dich sowieso. Früher oder später. Na, ist er runter oder hoch? Ich glaube runter. Drunter, ja. Ich wollte jetzt hier nicht einen auf Assassin's Creed machen. Na, komm. Hä? Ach, jetzt ist er da hinten. Na schön. Jagen wir dem einfach mal hinterher. Ach, auch noch das, ey. Ach, weg jetzt hier. Oh, ich kann nicht jetzt grad gar... Nichts anfangen. Wie ist der da durchgekommen? Ich frag mich, wie der jetzt durchgekommen ist und wir müssen die Wand einreißen. Da ist er doch. Lass mich. Scheiß ertrunkene. Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn... Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Hm, nee. Sehe ich auch so. Wer versucht, uns reinzulegen, der muss mit Strafe rechnen. Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Sicher? Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Mhm. Großartig. Also, Gerald, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Also hast du die Wahl. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Ach komm, wir nehmen das Geld, oder? Geld wäre mir lieber. Es ist dein. Ich kann den Bettlerkönig trotzdem bezahlen. Da wird der Schwanzlutscher aber staunen. Viel Glück, Sultan. Danke, Gerald. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Wels. Ah ja. Naja, immerhin ein bisschen was bekommen. Sehr schön. Okay, ähm. Ah, ich liebe diesen Sound, ey. Gab natürlich jetzt nicht viele EPs. Ist klar. Was haben wir denn da? Nebenquests. Da sind wir noch dabei. Ähm. Novi Grad. Auch noch dran. Hohe Einsätze. Kabarett. Genau, das wollte ich weitermachen. Kabarett. Ist gar nicht so weit weg. Aber wir warten mal, bis es Tag wird. Schön, wenn wir so viel Zeugs auf der Backe. So. Dann wollen wir mal. Vielleicht unterwegs noch was verkaufen. Wäre schön. Willkommen. Was darf ich dem ehrenwerten Herrn bringen? Vielleicht neue Schnabelschuhe? Ich habe kein echtes Paar, aber die Größe kommt hin. Na ja, komm. Gut. Zeig mir, was du hast. Guter Mann. Was habe ich nicht? Und für jeden etwas. Wer suchet, der findet. Auch noch günstig. Aldi. So, lass mal schauen. Was haben wir denn hier? Komm. Das ist alles Mist. Den Campe wollen wir gar nicht haben. Kann gerne alles weg. Werden wir nie benutzen. Weil als Hexer benutzt man sowas nicht, ganz ehrlich. Das benutzen wir niemals. 6.000 haben wir mittlerweile so ganz gut. Na komm. Ja, neuer Gegenstand. Alles klar. Der sitzt da in der Pfütze. Auch nicht schlecht. Hey, Plätze. Da bist du ja. Come on. Wir wollen weiter. Ach. Ich würde gerne schneller reiten, aber ich kann nicht. Dann helfen wir halt noch den guten... Ähm. Rittersporn. Mal wieder. Ja. Na komm. Mal auf. Plötze. Ernsthaft. Komm. Neu. Der war gut. Hallöchen. 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 Na wo ist denn die Turnella? Hier ist sie doch. Ach, wie schön dich zu sehen. Ja. Hallöchen. Ich hätte ein Anliegen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch. Wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja. Ich hab mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Ach, Ivo. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Alles klar. Im Dun... Ja, im... Schutze der Dunkelheit. Schweine. Überall so Schweine. Nee, eigentlich nicht. Wir sind eigentlich ein Netter. Marsch, marsch. So. Wo müssen wir denn hin? Lass mal gucken. Das bringen wir jetzt auch noch zu Ende. Da oben. Kabarett. Plötze. Plötze. Okay, Plötze ist da. Alles klar. Bein Plötze. Komm, jetzt bleib mal locker. Ich bin... Ich bin... Tu dir nix. Na, los. Och, komm, Plötze. Komm, jetzt. Das Land never flowed with milk and onion. Du bist ein Witcher. Ein Monster-Sleer. Ich habe Monster-Trouble. Wir haben nicht Träume. Wir haben Träume. Wir haben Träume. Träume. Yum, yum.